Musik 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 Du willst die Ordnung meiner Welt wiederherstellen? Die Dämonen sind an der Macht und entrohen meine gesamte Schöpfung. Er weiß wohl nicht, dass sie die Sphäre des dunklen Fürsten haben. Musik Oh, ja, klar. Oh, ja, klar. Ähm, das teilt weh. Ich wechsle hier gerade irgendwelche... What? Was war das denn? Was war das denn gerade? Ich wechsle hier die ganze Zeit irgendwelche Mods aus, dann will ich die ganze Zeit eine andere Waffe. Gut, äh, nein, 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 nein. Das ist wahrscheinlich gerade die... Wait, bist du jetzt die... Du bist die falsche Mod, okay. Ah, der hat keinen Kopf mehr. Das ist eindeutig tot. Äh, der ist besessen. Ähm, kurzfristig wusste ich nicht mehr die Taste für die Kettensäge. Mein Hirn macht nicht mehr mit. Oh, du bist aber schnell großer. Oh, hi. Wo kommst du denn her? Ja. Äh, müsste ich ihn on. Keltischer Schaden. Äh, nicht so schön zu hören. Äh, nicht so schön zu hören. Erledigt? Oh, cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Au, was war das denn gerade hinter mir? Ich wundert's gerade so ein bisschen, dass hier nix an Gegnern rumsteht. Ich hab mein... Schild nicht oben gehabt. Au. Vielleicht sollte ich versuchen, erst den Tyrant auseinanderzunehmen. Ach, äh, warte mal. Knopf drücken. Oder zwingsweise anpacken in dem Fall. Ich drücke ja da noch nicht mal was. Ähm. Hm. Ist der gerade einfach geplatzt? Der war plötzlich von einer Sekunde weg. Äh, von einer Sekunde auf die nächste. Okay. Das sah ja gerade merkwürdig aus. Ah, dicken. Da hinten besser. Ach, stimmt, ja. Das bringt nicht viel. Wobei, doch, scheinbar doch. Man kann ihn kurz aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, kommt eins so vor, ne? Man macht irgendwie wirklich gar nix an dem. Weil die einfach so unbeeindruckt in der Gegend herumstehen, wenn man die trifft. Ah, warte mal, ich sollte das vielleicht wechseln, weil ich muss ja ein auf Ghostbusters hier wieder machen. Na, wobei, nee. Ich bleib lieber beim Schild. Gesegnet sein in die Invincibility Frames. Das Geräusch, das Geräusch, was ich gerade gehört habe, ähnelt irgendwie dem von Dead Cells. Ich glaube, wenn man eine Kiste öffnet oder so. Au, 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 au. Hi. Wie geht's denn so? Ah. Ähm. Ich hab da plötzlich einen Schwarm des Todes vorbeifliegen gesehen. Oh, Mann. Immer noch angenehmer als das Slayer-Tor. Ich wollte gar nicht die Waffe wechseln, whatever, noch hab ich das jetzt. Ah, verdammt, die Zeit will ja sein Schild. Ich hab da keine Fischerschaden. Äh, 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 bye. Der Marauder ist gerade ein bisschen zu weit weg. Oh mein Gott. Da ist immer noch so ein Typ mit einem Schild unterwegs. Okay. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Äh. Äh. Engelchen ist da hinten. Äh. Bööö. Und jetzt nicht mehr. Ticken zu früh, aber egal. Äh. Falsche Waffe. Falsche Waffe. Falsche Waffe. Äh. Warum komm ich denn so früh aus der Deckung? Au, 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 au. Nee, ich will aber nicht diese Waffe benutzen. Weil ich möchte ungern plötzlich keine Munition haben. Oh shit. Ja, kein Leben ist aber auch nicht gut. Äh. Wä. Warum bin ich plötzlich in eine komplett andere Richtung? Oh ja, 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 ja. Scheiße. Fuck. Oh man. Wann war das denn jetzt? Man. Ja, ich hab ihn so gut wie tot. Oh verdammt. Doch nicht. Oh whatever. Whatever. Oh man. Oh man. Ist er tot? Der ist tot. Ja okay. Gib den Typen einen High Five. Das wollte ich zwar eigentlich überhaupt nicht, aber whatever. Was steht der mir denn im Weg? Sag mal, du bist immer nur hier hinten? Ich dachte du wärst weiter nach vorne willkommen. Äh. Und jetzt hat er bestimmt sein Schild. Oh doch nicht. Okay. Cool. 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 Sehr cool. Ah, der Marauder ist links von mir. Äh, Quatsch. Äh, Doomhunter. Verdammt. Falschen Gegner angeritten. Bye, bye. Au. Da hab ich immer eben Gesundheit abgeholt, nur um dann direkt wieder auf die Fresse zu kriegen. Oh hey, da ist er ja schon. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Gut, dass er so einige Male hier diese Säule getroffen hat. Oh hey, ne große Rüstung oder zumindest ne kleinere. Oh, man. Heeeh. Wo war das Problem? Ich war doch kurz davor, ihn zu besiegen. Hätte ich ohne Problem alles hinkriegen können, aber... leider war ich nicht schnell genug ich dachte das wären mehrere türen die in dieselbe richtung führen merkwürdig das sieht mir sehr nach einer arena aus hallo wie geht's denn so wartet für eine sekunde ich muss kurz herausfinden wie ich noch mal die granaten wechsel weil ich spontan plötzlich schon wieder vergessen habe wie gesagt eigentlich geht nein ja hey da immer da haben wir das kommt mal her alle zusammen heute wir sind hier nicht im kindergarten ja hat er halt so bei alle kriegen sie ein high five von mir ja du auch falls so schön ist auch knabber nicht meinen hintern an ich weiß dass ich zum anbeißen schön aussehe aber lass mich in ruhe ja da hier high five bei bei hab ich habe bei gesagt wo war die herausforderung die gegner hatten nicht mal eine chance wie die lämmer zur schlacht bank hey sollte das was machen okay links ist einmal rum oh 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 Oww! Ah, verdammt. Die spawnen aber auch krass nach, ne? So viel. Oh, hi. Direkt vor der Nase am stehen, der Typ. Ah. Okay. Je nachdem in welche Richtung du gehst, hast du was anderes. Okay, das ist um die Stange da rauszufahren. Und was mach ich hier? Warte mal. Ach, das da, okay. War einfach nur blind. Oh, okay. Das funktioniert nicht. Ich dachte, so könnte ich dann irgendwie nach da unten hinkommen. Aber das scheint wohl... Ach so, das ist da, wo die Laser sind. Okay. Ja, wie komm ich da jetzt hin? Hm. Hm. Naja, kann ich ja gleich gucken, ne? Ich mein... Das rennt mir ja hier nicht weg. Ich hab ja die Schnellreise. Das ist auch ne Schnellreise. Ne ziemlich tödliche, aber hey. Oh. Ich hatte nur keinen Doppelsprung. Hahaha. Laut den Korakstafeln führt der Tod des dunklen Fürsten zur Zerstörung aller Dämonen außerhalb ihrer Heimat. Wo man vom Teufel spricht, da hab ich auch schon die Schnellreise. Hahaha. Hahaha. Ja, gut. Hä? Ach so, war ich voll dann. Okay. Ah ne, ich hab noch ne Sache vor meiner Nase. Okay. Ah, da 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 da. Ne, warte mal. Schnellreise ging wie? Da. Gelassenheit. Pulpurroter Wald, Makersäulen, Elfenbeinfahrt, Pantheon der Khans. Und heilige Kammer. Ah. Ah. Ich glaub, da beim purpurroten Wald müsste es sein. Ah. Ah. Das Level ging doch länger als gedacht, aber ist auch nicht unbedingt als so verkehrt. Ah, Baum. Oh, bin ich blind. Einfach mal dran vorbeigelatscht. Oh. Oh. Aber nicht grade geil. Was? Okay. Ein besessener Cybermancubus. Huh. Autsch. Echt jetzt? Ah. Mal hier Speicherpunktes. Oh. 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 Ah. Mal gucken. Ähm. Das zweite DLC werde ich auf jeden Fall mal optisch. Ob ich das jetzt mache, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, dass ich, also falls das jetzt hier gerade das letzte Level sein sollte, dann kann es vielleicht sein, dass ich das dann morgen anfange. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall das mal kurz an, äh, nicht antesten, äh, starten. Um eine Sache mal nachzugucken. Und zwar macht das Spiel theoretisch genau dasselbe wie beim letzten Mal und überschreibt irgendwelche Grafikeinstellungen. Falls ja, dann, äh, wow. Was denn das für ein Mist. Okay. Du bist schon mal weg vom Fenster. Hm. Oh oh. Aufs Maul. Okay. Du hast das. Das ist... Wait. Den Geist muss ich nicht mal killen? What? Okay. Interessant. Der Geist ist irrelevant. Whatever. Ich habe die Begegnung fertig. Ah, okay. Der verschwindet, wenn alle Gegner tot sind. Ja, gut. Dann habe ich den technisch gesehen auch gekillt gerade. Mehr oder weniger. Das ist ja merkwürdig gerade gewesen, ey. Ah, irgendwo... Achso, die Seite ist hier vorne. Genau. Ah, da ist aber noch eine Begegnung. Mal gucken, was das jetzt für eine ist. Wenn ich denn da reinkomme, vor allen Dingen. Ist das überhaupt gerade die richtige Richtung? Ja. Das ist sie. Hätte ja sein können, dass ich das da reinkloppen muss. Was? Bin ich gerade falsch? Nee. Seit wann ist das da? Das war doch vorhin nicht da gewesen. Oder ist das aufgetaucht, wo ich den Knopf da gedrückt habe? Was? 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 Oh, okay. W-wait. Was? W-wait. Huh? Was? 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 Ja gut. Das ist jetzt natürlich irgendwie blöd. Vielleicht. Ah. Mission zurücksetzen. Warte mal. Äh, was? Bist du sicher? Nee, nicht unbedingt. Ich kann mich ja irren, aber wenn ich zurück zum Hauptmenü gehe, dann müsste ich theoretisch dann bei der Heiligen Kammer wieder zurückkommen, richtig? Eventuell bringt es ja einfach, das nochmal neu zu laden. Weil ich hatte schon mal einen Softlock gehabt im Hauptspiel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Level das war. Das ist, glaube ich, eines der letzten gewesen. Goblin-König. Und, ähm, da waren alle Gegner tot, aber die komischen, dämonischen Barrieren waren nicht weg. Ich konnte einfach nicht mehr aus dem Raum raus. Ich kriege ja immer nur die ganzen Belohnungen. Und nachdem ich das Level dann neu geladen habe, ging es dann wieder. Äh, wo war das nochmal? Da. No, no. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das für ein Geräusch? Manchmal sind Spiele von AAA-Entwicklern genauso gut wie die von Indie-Entwicklern. Nur dass die Indie-Entwickler versuchen, als Spelz möglich zu fixen. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Sag mal, wer trinkt da die ganze Zeit ein Trinkpäckchen da an der Seite? Was ist das für ein Geräusch? Das ist nur auf der rechten Seite. Ja, kommt mir auch so vor, dass ein Soundpack wohl ist. Ja gut, dann kann ich wohl diese Begegnung vergessen. Ja, geilo. Geilo, Matt. Na, hoffentlich bekomme ich wenigstens diesen Codex-Eintrag. Wo wandert jetzt nochmal? War das hier? Ja.